So, fällen wir noch ein paar Bäume. Hier, der löst sich noch weiter auf. Er ist aber noch nichts runtergefallen. Ah, hier. So, fällen. Weg damit. Zack, zack. Zerplatzt, ist der Block. Zerplatzt wie deine fette Mutter. Die fette Mutter von Winnen. Das war nämlich nicht seine Mutter, sondern seine Tante, die da beim Autounfall gestorben ist. Seine fette Mutter ist zerplatzt und deshalb ist er nicht angetreten. Der fette Hurensohn. So, jetzt haben wir erstmal genug Holz. So, machen wir da mal wieder ein paar Holzstückchen draus, um unser Haus zu erweitern. So. Ach, Leute, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wie ich mein Haus weiterbauen soll und was ich es erweitern soll, was ich reinbauen soll. Schreibt es am besten in die Kommentare, damit ich das lesen kann.